Jo Leute was geht? Willkommen zum letzten offiziellen zum dritten Trailer von Tearshot Kingdom von Zelda. Der geht nur vier Minuten. Ich bin echt gespannt was da drin vorkommt. Ich habe gehört der soll richtig richtig gut sein. Ich bin übel gespannt was da jetzt passiert. Guck mal rein. Sag mal bis wie der Ton ist Leute. Ey wer kämpft da? Das sind wir. Das Link. Den kennen wir doch. Ey können wir mal. Sorry. Da müssen wir. Den Shot muss ich mir mal ganz kurz geben. Können wir uns den Shot mal ganz kurz genau angucken? Wir sprechen hier von der Switch. Guck mal bitte wie viele Bäume hier hinten noch gerendert werden. Das sind zwar alles Low Poly Bäume und gerade auch mit Nebel und weil wegen YouTube und so. Aber du siehst hier besondere Sachen. Hier hinten fliegt noch irgendwas was du sehen kannst. Also hier ist was besonderes. So sieht ein gutes Spiel aus. So sieht ein gutes Spiel aus. Pokémon. Weiter gehts. Das ist das kennen wir doch. Weiß ich Kakareko oder so. Wüste. Also ich hoffe einfach es gibt nicht wieder diese doofen Wächter. Und dafür Legacy Dungeons. Richtig. Garnondorf sieht auch so cool aus da. Ich bin einfach für Garnondorf. Das war cool. Das ist auch. Alter das war auch cool. Alter das soll man mal sehen. Mission Impossible mäßig. Was ist das denn? Wie geil. Imagine. Was ist das? Was ist das? Zelda. Link. Wer war ist das? Wen hören wir da? Wer ist das? Ja wer war. Link. Die Musik auch ne. Hat der da grad ein Schild mit seinem Schwert verknüpft? Link. Guck das Schwert an was seine Hand hat. Schwert mit Schild drin. Ja sind sie für's sind. Wie sieht das? Ja. Er ist klar. Entweihil. Die Musik auch. Wen hört es abrierst. insignML. jornal wäre! Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. Vermauern. Sieh ganz genau hin. Der wahre König ist zurück. Deine Welt wird heute neu erschaffen. Link, los! Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Link, du bist unsere letzte Hoffnung. Alter, das ist gut. Tester haben das Spiel ja schon. Bitte finde mich. Junge, Junge. So muss ein Trailer aussehen. Switch 1 steigerfreundlich. Ja, geiler Trailer. Geiler, geiler Trailer. Like ist da. Sehr, sehr geil. Ja, ich freue mich. 12. Mai. Wir werden auf dem Breast of the World demnächst nochmal vor Tears of the Kingdom zocken. um nochmal rein zu kommen in die Welt, wo was ist und ein bisschen Master Memory zu aktivieren. Sehr geiler Trailer. Sehr, sehr nice. Aber mit einem Geiler Harringarten WORMS. Also geht es einfach. Also geht es mitdamesn EMT. Und abonniert uns das area gar nicht mit em gering